Das Wort erhält nun der Kollege Michael Schlecht für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Die deutsche Wirtschaft wird bis Ende 2015 Waren und Dienstleistungen im Wert von voraussichtlich knapp 240 Milliarden Euro mehr ans Ausland verkaufen, als sie aus dem Ausland bezog. Seit dem Jahr 2000 summieren sich diese deutschen Exportüberschüsse bis Ende dieses Jahres dann auf mehr als 2 Billionen Euro. Möglich ist das natürlich nur, weil gleichzeitig Deutschland diese 2 Milliarden Euro, diese 2.000 Milliarden Euro dem Ausland leiht. Das Ausland verschuldet sich immer mehr bei uns. Wie nachhaltig ist das gar nicht? Das ist überhaupt nicht nachhaltig. Diese Entwicklung drückt sich aus in einem gigantischen Leistungsbilanzüberschuss, der dieses Jahr bei 8,5 Prozent liegen wird. Der Leistungsbilanzüberschuss ist etwas höher, der ist 250 Milliarden Euro. Und wie gesagt, möglich ist dies nur, indem das Ausland beständig gezwungen wird, sich immer mehr zu verschulden. Gleichzeitig haben wir hier eine Regierung, die immer wieder verkündet, Verschuldung sei das Schlimmste der Welt. Aber man nimmt es billigend in Kauf, dass das Ausland sich wegen der deutschen Exportüberschüsse beständig mehr verschuldet. Die Bundesrepublik, die Bundesregierung betreibt nicht nur eine Wirtschaftspolitik, die unfair gegenüber dem Ausland ist, sondern sie bricht damit auch europäisches Recht. Der Leistungsbilanzüberschuss darf nämlich nur nach den Regeln 6 Prozent betragen. Achteinhalb beträgt er. Er beträgt schon mehrere Jahre mehr als 6 Prozent. Aber da die Bundesregierung das wahrscheinlich schon immer vorausgesehen hat, dass sie diese Regeln brechen wird, hat sie in den europäischen Regeln vorgesehen, dass dies eine Regelverletzung ist, die nicht sanktioniert wird. Ich sage mal so, so kann man auch europäisches Recht mit Füßen treten. Das finde ich ist ein Skandal. Wenn Wirtschaftsminister Gabriel, wir kennen das ja aus früheren Diskussionen, immer wieder diese Exportüberschüsse hochhält, hier ein Zwischenrufen hört sich das ja auch so an, dann muss man deutlich sagen, dass diejenigen, die das tun, sie wollen, dass dauerhaft die Schulden des Auslandes weiter ansteigen und sie wollen dem Ausland jegliche Chancen nehmen, sich irgendwann einmal zu entschulden. Wer bildet sich eigentlich ein, dass die Länder, dass andere Länder das auf Dauer so hinnehmen? Ich weiß nicht, das ist hier in Deutschland wenig bekannt, aber es gibt in Italien und in Frankreich und in anderen, gerade europäischen Ländern natürlich Diskussionen immer wieder, ob man mit diesem Deutschland das so unfair und quasi mit wirtschaftsimperialistischen Zügen sich betätigt, dass es Diskussionen gibt, ob es nicht besser wäre, aus einem Euro auszusteigen, in dem ein derartiger, man muss schon sagen, wie ein Fuchs im Hühnerstall sich bewegendes Deutschland operiert. Was wir brauchen, ist eine Umkehr in der Wirtschaftspolitik und wir müssen endlich auch in Deutschland Defizite im Außenhandel machen, um die Verschuldung des Auslands zu helfen, dass sie abgebaut wird und damit die internationalen Ungleichgewichte abgebaut werden. Die Probleme sind ja deshalb vor allem hier entstanden, weil in den letzten 15 Jahren die Binnennachfrage viel zu sehr stranguliert worden ist und damit die Importe viel schwächer angestiegen sind als die Exporte. Der eigentliche Kern des Problems ist eine desaströse Lohnentwicklung, die endlich umgekehrt werden muss. Im Vergleich zum Jahre 2000 liegen die Reallöhne je Beschäftigten heute kaum höher als damals. Ich finde, das ist ein Skandal in einem so reichen Land. Und wäre nicht in den letzten Jahren, wie mein Vorredner es ja betont hat, die Reallöhne ein bisschen angestiegen, dann würden diese Reallöhne heute deutlich unter der Nullmarke im Vergleich zum Jahre 2000 liegen. Also das, was da an Verlusten entstanden ist, ist längst nicht eingestellt. Deswegen muss dort eine Umkehr passieren. Die Entwicklung der Tariflöhne ist dabei ja noch gar nicht mal das vorrangige Problem, obgleich mit Leiharbeit, Befristung, Werkverträgen den Gewerkschaften dicke Knüppel zwischen die Beine geworfen wurden. Und in der Folge waren die viele Tarifabschlüsse auch nicht besonders berauschend. Nein, das eigentliche Problem ist, dass durch die Politik der letzten 15 Jahre die Tarifbindung immer mehr zerbröselt ist. Heute arbeiten nur noch 50 Prozent der Beschäftigten unter dem Schutz eines Flächentarifvertrages. Und das in so einem Land wie Deutschland. Das ist doch ein Skandal. Und bei diesen Beschäftigten, die quasi wie im Frühkapitalismus arbeiten müssen und jede Bedingung akzeptieren müssen, die ihnen der Unternehmer diktiert, dort sind vor allem die Löhne in den letzten 15 Jahren in den Keller gerauscht. 17, 18, 19 Prozent niedriger pro Kopf liegen sie als im Jahre 2000. Und es ist doch ein Skandal, dass zum Beispiel große Unternehmen wie Amazon sich vor einem Tarifvertrag in diesem Land drücken können. Was unternimmt eigentlich diese Regierung, um den für einen Tarifvertrag streikenden Kolleginnen und Kollegen zu helfen. Nichts! Das ist auch ein Skandal in diesem Lande. Es kann doch nicht angehen, dass solche Unternehmen walten und schalten können mit den Beschäftigten, wie sie wollen. Es gab ja sogar einen Kanzler, der war stolz darauf, dass er in Deutschland eine Politik gemacht hat, die zu diesem Niedriglohn führte. Ich finde, das ist wirklich schon peinlich. Die Lösung dieser Entwicklung ist doch eigentlich ganz einfach. Wir brauchen eine Umkehr in den Rahmenbedingungen am Arbeitsmarkt. Wir brauchen ein Verbot der Leiharbeit, der sachgrundlosen Befristungen. Wir brauchen endlich auch ein Vetorecht des Betriebsrates bei Werkverträgen und auch bei Outsourcing-Strategien der Unternehmen. Das wäre notwendig, um unser Land wieder voranzubringen. Ich sage Ihnen noch mal eins. Diese Außenhandelsungleichgewichte, das ist nichts technisches, spielerisches, sondern das ist eine Gefahr, gerade auch für die internationale friedliche Zusammenarbeit. Wenn ich mehr Zeit hätte, könnte ich noch ausführen, inwieweit dies auch mit negativen Rahmenbedingungen setzt für viele Dinge, die uns heute hier in diesem Lande im Hinblick auf internationale kreierische Auseinandersetzung bedrohen. Danke schön.